Willkönnchen hier zurück bei Doom 1. Ich glaube, hier waren wir das letzte Mal, oder? Ja, ne? Ah, ich erinnere mich. Wir sind auf dieser Miniatur-Burg-Festung und mein Anzug lässt gerade nach. Verdammt! Ja, wie dem auch sei, wir waren hier unten schon einigermaßen erfolgreich, haben uns zumindest ein bisschen hier durchgeklöppelt. Es fehlt noch einiges, aber wir sind zumindest nicht mehr komplett tot. Da hinten ist ein Imp. Der war früher immer Imperator, leider hat er seinen Namen dann halb verloren. So, deswegen passt das so auch. Ich versuche mal hier möglichst, aua, durchzukommen. So, erstmal hier wieder reinkommen ein bisschen. Hallo, ich kenne das. Na, alles fit? Ich brauche hier auf jeden Fall einen roten Schlüssel. Haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Ich glaube, wir haben den auch schon gesehen, oder? Kann das sein? Hier ist kein, verdammt, hier ist kein Anzug mehr. Verdammt! Nö! Och, nö! Mist! Das ist das Problem jetzt, dass der ein wenig gegen uns spielt jetzt. Also, das Level, nicht der. Das Level ist gegen uns. Und ich natürlich auch nicht. Wäre blöd, wenn ich gegen mich selber wäre. Ich meine, manchmal würde ich sagen, das wäre zu Recht, so wie ich mich hier manchmal anstelle. Aber, äh, so ganz... Ei! Ja, ich weiß, dass ich die Dinger gut mit der Kettensäge wegschnitzeln kann. Ja, ist mir schon bewusst. Allerdings geht es im Moment auch so. Dann muss ich nicht mal da direkt zur Waffe hin switchen. Und ich hätte wirklich gerne hier den roten Schlüssel. Oh, das ist ziemlich durcheinander hier gerade. Von allen Seiten fliegt irgendwas an. Aber wenn man sich ein bisschen frei hier bewegt, dann geht das eigentlich die meiste Zeit. Man braucht halt nur Platz, um sich frei zu bewegen. Ansonsten wird es schwierig. Deswegen gerade enge Gänge sind da ziemlich böse. Weil ich... Warum kann ich da nicht rein? Kann ich hier überhaupt was reißen? Vermutlich nicht. Hey! Ich kann hier echt fast nichts machen. Oder? Hier kann ich nicht hin. Da hin ist noch einer. Aha! Hallo! Jetzt kommen wir auf einmal von allen Seiten. Uncool. Sehr uncool. Sehr, sehr, sehr unkühl. Na, immerhin das mit dem Ausweichen klappt im Moment. Äh, aber das heißt nur lange nichts. Dafür muss das mit dem Zielen besser werden. So. Da ist auch noch einer. Aber ich meine, immerhin das Schöne ist, die sind ja begrenzt, sag ich mal. Wenn man da die alle weggehauen hat, dann sind sie halt auch weg. Es sei denn, man lädt natürlich nur einen alten Speicherstein und war dann noch nicht so weit. So. Trotzdem würde ich da gerne rein und ich möchte gerne zumindest irgendwo hin, wo man dann auch hin kann, weil, ähm, naja, ich wüsste gerade im Moment nicht, wo ich hin muss. Und, wenn hier denn verschlossen ist, was es ja ist, auch wenn hier verschlossen ist, was es ja ist und hier man überall Schlüssel braucht. Wo muss ich denn da bitte hin? Ich verstehe das mal gerade nicht. Darüber kann ich ja auch so höchst schlecht. Hier ist sonst auch nichts. Ja, haben wir schon festgestellt, ich bin gleich tot. Warum auch immer mich da jemand noch getroffen hat. Na, das war knapp. Da komme ich dann aber auch nur wieder hoch. Das ist das Problem. Hier war ich ja gerade. Das ist, nee. Vor allem hier komme ich ja auch nirgendwo runter. Was sollte ich denn da bitte machen? Hä? Hätte ich jetzt verloren an dieser Stelle? Im Moment bin ich ziemlich verloren. Hä! Kaputt. Was war das denn gerade für eine schwache Vorstellung? So. Oh. Ich meine, hier oben war ja sonst auch nichts weiter, meines Wissens. Genau, das war da unten. Hm. Ohne roten Schlüssel ist es echt nicht schön hier. Vor allem, da komme ich ja auch noch wieder darunter. Oder gibt es noch irgendwelche anderen Aufzüge und Geschichten? Nee, ne? Ist alles hier... Nee. Warum ist das sonst nichts? Ha, das ist komisch. Wahrscheinlich übersehe ich das gerade sehr erfolgreich. So, was sagt denn hier die Karte? Die sagt, dass hier was Tolles ist. Wenn man da links lang geht, vielleicht. Vielleicht ist links ja was Schöneres noch. Nope. Hier ist gar nichts. Warum ist hier nichts? Ähm. Hm. In der Mitte geht es da hoch. Das ist klar. Aber hier ist sonst auch echt nichts weiter, oder? Da kann man auch nicht hoch. Nee. Das finde ich eher uncool gerade. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt auf dem Schlauch stehe hier. Das wäre ein bisschen schwächlich. Ich muss da doch lang kommen. Ich muss da doch lang kommen, so wie ich das sehe hier. Ich meine, man kommt hier lang. Es gibt da... Es würde keine Sackgassen geben. Ist man da wirklich tatsächlich überhaupt gar nicht lang kommen? Also gehe ich mal sehr stark von aus. Es wäre eine Frechheit, eine ziemliche. Nee. In der Mitte hier, das ist nett, aber... Weiter geht es dann entsprechend auch nicht, oder? Ich übersehe halt sehr erfolgreich was. Wobei, jetzt bin ich eher in der Mitte, weil man von der anderen Seite da auch hinkommt. Ist es entscheidend, von welcher Seite aus man da jetzt reingeht? Oder wie läuft das? Das wäre unter dem Aspekt gemeint, dass man da wirklich immer ausprobieren müsste. Wo man lang muss. Hm. Das heißt... Hä? Bin ich schon wieder tot gewesen? Das heißt, ich muss... Ähm... Ja, wo muss ich da hin? So, kaputt. Und die hauen aber auch tierisch rein mit der Shotgun. Ist unhöflich. Okay, ich bin meistens von dieser Seite hier da lang geladet. Wenn man von hier mal da reingeht. Wie sieht es da aus? Weil hier bin ich auch schon hochgefahren. Meine ich. Genau, hier war ich ja schon. Schon öfter. Vielleicht, wenn ich... Na ja, von hier auch ein bisschen aufräume. Wobei auch das schwierig wird. Weil die ganzen Shotgun-Humpels immer sowas von schnell treffen. Oder immer ziemlich, ziemlich direkt. Weil auch mal ziemlich viel Schaden dann hier hinterlassen. Ich probiere mal was aus, bevor ich mich hier noch in weitere Sachen stürze. Äh, das ist jetzt... Es ist jetzt noch eine andere Seite. Von hier aus. Okay, hier war ich noch nicht. Aha. Na, das ist ja mal spannend. Sieht aber auch stark danach aus, als ob das hier... Aha. Hier brauche ich was Blaues. Alles klar. Nein. Äh, was hatte ich denn? Nein. Au, guck mal. Aha. Verdammt. Huch. Ist er tot? Oh ja. Ich habe 1% Leben. Ich bin auch fast tot. Oh. 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 Der ist ja immer noch drinnen. Das wird höchst uncool jetzt. Ach wie, was? Ist das nur ein Schalter? Ah. Stirb. Stirb. Du bist tot. Sehr gut. Heiei. Das war mal knapp. Das war wirklich knapp mit 1%. Ich spreche trotzdem mal hier, weil wir sind weiter. Ich habe gelbe Schlüssel. Aber das Level finde ich trotzdem komisch. Bisher. Dass man da von verschiedenen Seiten aus da rangehen muss. Oh. Oh. Muss ich da jetzt wieder runter? War das... Warte mal. Von welcher Seite war ich da jetzt gerade dran? Von der hier? Ne, ne? Okay. War ich doch von der hier dran. Äh. Das heißt... Hm. Geh ich mal von hier aus rein? Äh. Okay. Das ist eigentlich höchst sinnfrei, das hier jetzt. Ich meine, das war auch nett. Aber da habe ich eigentlich so ziemlich gar nichts von. Weil die Waffe ist... Die haben wir schon vollkommen voll. Damit würde ich eigentlich gerne rüber. Aua. Wo ist denn der? Da hinten ganz. Ähm. Dann... Äh. Das war von der Seite. Das andere war von da. Jetzt gehe ich wieder von hier vorne hin. Müsste eigentlich gehen. Ich bin gleich sowas von tot. Ach. Hier war ich auch noch nicht... Okay. Ich habe echt keine Muni. Also ich meine keinen Platz für die Muni. Ist ein bisschen schade. Oh. Ich werde gleich sowas von sterben. Hurra. Tot. Ja. Ähm. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Das ist eher ungesund. Dann brauche ich aber wirklich... Auch nicht an die anderen Stellen hin. Oh. Was hätte ich denn gerne? Warte. Das ist doch schön. So. Wunderbar. Äh. Ich müsste von... der anderen Seite aus da ran. Ja, ne? Ich will nämlich gerne dahin zurück, wo ich das da oben, wo der gelbe Bereich da war. Ah. Das war komplett falsch. Das waren Rockets. Toll. Ähm. Da unten komme ich... Da brauche ich den roten, ne? Da unten. Da oben ist dann der gelbe. Alles klar. Wann, wo muss ich denn jetzt lang hier? Ich würde mal hier hingehen. Ich glaube, das stimmt sogar. Ich hoffe mal sehr. Hier. Es stimmt. Sehr gut. Sehr gut. Äh. Ich spreche trotzdem noch mal auf dem nächsten. Weil ich da eben sehr durcheinander komme. Gerne mal. Oder halt von den Richtungen her. Mir ist das nicht immer merken kann. So. Oh. Hi. Na, bitte sterben. Thank you. Ähm. Wer schoss denn da die ganze Zeit hier auf mich? Ah, guck mal. Da sind auch noch welche. Hier ist jetzt geöffnet, obwohl ich eigentlich noch nichts gemacht habe. So theoretisch. Warum kann ich die nicht einfach nur hier umgehen? Da einfach dann vorbei. Auch noch was anderes. Äh. Anzug. So. Und die können da einfach so drauf rumlatschen. Oh, ist ja toll. Ma. Ma. Ja. Noch ein Schalter. Der bestimmt irgendwas Tolles gemacht hat. Und ich bin zweifeln ja mal hart, dass ich, ich meine, hier alles immer aktivieren und beseitigen muss. Ich glaube, ich mache mir da echt obstständig dabei. Als es eigentlich ist. Äh. Was? Da oben ist wieder eine BFG. Was? Nicht so. Achso. Hier. Ähm. Da oben der wäre das. Da, jetzt noch mal ordentlich das Ganze. Ordentlich daneben schießt, meine ich, natürlich. Ähm. So. So. Soll man hier denn hier auch reinkommen, wenn die alle schon auf einen ballern hier? Ist doch anstrengend. Der hat sich weg teleportiert vorher. Ist auch anstrengend. So, lass mich da mal durch hier. Den brauche ich noch nicht. Das Level ist ein wenig verwirrend. Ich finde es ein wenig... Uncool. Das ist ja eine Reaktion. Eine ziemlich beschissene Reaktion. Um mal konkret zu sein. So. Du musst auch weg. Dann können die einfach hier hochkommen. Warte mal. Hä? Hä? Ist die Tür da weg? Der Teleporter? Was ist da denn los jetzt? Hä? Ah. Wenn man hier rankommt, dann. Wow. Das ist ja immer interessant. Ähm. Ja. Hm. Ich höre ständig Teleportationsgeräusche, die mir nicht gefallen. So. Ist er weg? Ja, ne? Wow. Aber der noch nicht. Der teleportiert sich weg. Ist das echt eine Frechheit, was hier passiert? Ach, das ist eine Frechheit. Verdammt. Ich sollte die Waffe wechseln. Sorry für alle, die sich jetzt gerade an die Stirn hauen. Aber das muss so. Dafür bin ich doch da. Liebe Kinder, falls ihr mit Raketenwerfern spielen solltet, dann passt auf, dass ihr da nicht direkt selber vorsteht. Ich kann direkt weiter laden hier. So, hier machen wir es. Na, vielleicht noch nicht den Einzelnen hier. Aber dann gleich soll ja so ziemlich alles treffen, was man dann im Bild sieht. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, hat super funktioniert. Die ganzen Sachen da hinten sind noch vorhanden. Also alles, was im Bild steht, im Bild sichtbar ist, hat es auf keinen Fall getroffen, wie man sehen konnte. Was? Was für ein Blödsinn hier gerade mal. Das ist, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig schwer. Ich stelle mich wahrscheinlich nur gerade sehr doof an. Aber wenn mich das Spiel dazu treibt, mich doof anzustellen, weiß ich nicht. Das ist gemein. So, können die jetzt alle mal bitte einzeln hier rauskommen. Einmal zur Einzelabfertigung. So, der eine ist Geschichte. Die Biester finde ich echt am nervigsten hier. Die Frage ist auch ein bisschen, wie komme ich eigentlich hier wieder raus? Ach, hier ist ein Teleporter. Achso, hier bin ich wieder drin. Was habe ich damit jetzt gerade geöffnet eigentlich? Ach, guck mal. Nein. Ich hätte unheimlich gerne Leben und vor allem Rüstung auch gerne. Hat beides natürlich eine gewisse Wichtigkeit. Ach, Mann, ey. Immerhin, wenn ich die ausgeschaltet habe, dann sind sie halt tatsächlich auch mal weg. Das ist das Schöne daran. Oh. Meine Güte, ey. Die sind unwesentlich nervig. Die sind unwesentlich.